Hallo und herzlich willkommen liebe Community zu einer weiteren Folge Wissenschaft im Alltag mit mir dem Chrissy Schnissi und heute soll es um das Thema gehen, warum verlieren eigentlich Nadelbäume ihre Nadeln nicht im Winter? Wir haben das alle in der Schule gelernt, die Laubbäume schmeißen im Herbst ihre Blätter ab und die Nadelbäume nicht. Es gibt da einen Unterschied, die Lerche, richtig. So und jetzt ist die Frage, warum werfen die Nadelbäume ihre Nadeln nicht ab im Winter? Nun dazu muss man sich erstmal biologisch überlegen, was denn eigentlich passiert im Winter, denn es ist ja Frost und die Bäume geben halt über die Blätter ihre Feuchtigkeit an die Umgebung ab und funktionieren ja Photosynthese, wir kennen das, wir haben das alle in Biologie gelernt und irgendwann kommt halt der Punkt, da merkt der Baum so, oh sieht nicht mehr und er kriegt dann halt quasi kein Wasser mehr aus dem Boden und dann vertrocknen die Blätter und fallen ab. Das ist eine übliche Sache, das passiert jedes Jahr im Herbst, wir kennen das und die Nadelbäume machen das nicht. Und die Frage, die ich mir gestellt habe ist, warum machen die Nadelbäume das denn nicht? Ja, die können ja auch kein Wasser aufnehmen, wenn Frost ist. Der Grund ist ganz einfach, die Beschaffenheit der Blätter. Der normale Laubbaum hat ja eine große Oberfläche und ein normales Blatt und diffundiert, also es wird viel Feuchtigkeit darüber auch abgegeben an die Umgebung. Und im Winter, wenn Frost ist, kann der Baum halt kein Wasser mehr aus dem Boden bekommen und dementsprechend bekommen auch seine Blätter kein Wasser mehr und die sterben ab und fallen dann runter. Bei den Nadelbäumen ist es so, die Nadeln sind sehr hart, sehr stabil und sind auch noch mit einer Wachsschicht umhüllt und dadurch gibt der Nadelbaum weniger Wasser an die Umgebung ab und deswegen muss er auch seine Nadeln nicht abwerfen, denn er hat ja dann noch Restwasser oder weniger Wasser zur Verfügung und er muss dann also seine Nadeln tatsächlich nicht abwerfen. Das ist also der eigentliche Grund. Die Wasserverdunstung oder die Möglichkeit, das Wasser zu verdunsten, ist halt bei den Laubbäumen im Winter nicht gegeben, weil sie eben kein Wasser mehr kriegen und auch die Nadelbäume bekommen kein Wasser, aber das Wasser, was sie haben und was sie noch bekommen, die kleinsten Mengen, die kann er halt in den Nadeln speichern und sie damit über den Winter am Leben erhalten. Ja und deswegen muss er die nicht abwerfen und dann fragt ihr euch natürlich, ja aber wenn ich unter so einen Nadelbaum gucke, da liegen noch eine Million Nadeln drunter, wo kommen die denn her? So abgestorbene, abgeworfene. Ja das ist tatsächlich so, so eine Nadel an so einem Nadelbaum, die kann bis zu 10 Jahre alt werden und die hängt dann an diesem Ast dran und irgendwann hat die halt auch ihr Lebensende erreicht und fällt ab und das sind die Nadeln, die ihr unter den Nadelbäumen findet. Ein gutes Beispiel ist auch der Weihnachtsbaum, wenn ihr also einen Weihnachtsbaum zu Hause habt und die meisten haben ja noch echte Weihnachtsbäume, wenn ihr den quasi so rein stellt in die Halterung, wie er ist, dann wird er irgendwann seine Nadeln verlieren. Ja ihr kennt das, dann fängt er an zu nadeln, weil der Baum kein Wasser mehr zur Verfügung hat und dann verhält er sich genau so wie ein Laubbaum, dann fallen die Nadeln auch irgendwann ab. Wenn ihr den Baum aber ins Wasser stellt, dann werdet ihr merken, die Nadeln werden viel länger dranbleiben und möglicherweise sogar bis nach Weihnachten grün bleiben, denn der Baum kann ja weiterhin Wasser aufnehmen, ja durch ein Wasserputtich unten am Stamm. Ja und das ist der Grund, warum tatsächlich Nadelbäume ihre Blätter nicht verlieren, ihre Nadeln im Winter und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich wusste das auch nicht, ich dachte das wäre genetisch, also der Baum ist eben so, der schmeißt halt keine Blätter ab, aber tatsächlich ist es die Biologie und die Physik des Wassers und die Biologie der Verdunstung sozusagen, also ist ja auch Physik, aber das Blatt muss halt Wasser verdunsten können oder überhaupt welches bekommen und das ist bei Nadelbäumen halt anders als bei Laubbäumen. Ja, das war's schon. Vier Minuten, wieder die Welt erklärt. Vielen Dank fürs Zuschauen, seid fleißig dabei, Kommentare schreiben, Fragen und so weiter, alles reintun und natürlich Daumen hoch und so wisst ihr ja, dass wir ein bisschen hochkommen im YouTube-Algorithmus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.